Musik Im zweiten Tutorial geht es um eine schnelle Konterattacke für den gedrehten Single Leg Take Down. Der gedrehte Single Leg Take Down basiert darauf, dass mein hinteres Standbein schnell gedreht wird, um viel Schwung in die Bewegung zu bekommen. Wichtig bei dem gedrehten Single Leg Take Down ist das nach außen drücken seines Knies und das Ziehen seines Standfußes, damit der Gegner schnell die Balance verliert.